Musik Schießsport, Jagd, Sicherheit. Diese drei Bereiche auf den Punkt gebracht, das ist Store Safe People. Lukas Bauer und Markus Königsberger sind leidenschaftliche Sportschützen und haben im Wienpark Wiener Neustadt ihren Traum verwirklicht. Ein Fachgeschäft mit drei Schwerpunkten. Sportleben, Jagdleben, Sicherleben. Musik Im Sportleben Store erhält der Sportschütze alles, was sein Herz begehrt. Vom Einsteiger bis zum Spitzensportler. Hier wird jeder fündig. Im Obergeschoss sind sogar Widerladestationen ausgestellt, zum Anfassen und Ausprobieren. Wir haben uns da wirklich ganz speziell auf Produkte gestützt und spezialisiert, die man in unseren Breiten fast nicht kriegt. Wir waren selber Anfang des Jahres auf der Schottschöne Las Vegas der größten Waffenmesse international und haben da wirklich ganz, ganz gute Partner lukrieren können. Unter anderem BTI Brands, da gehört unter anderem dazu Vila Engineering, Frankfurt Arsenal und viele mehr. Das Jägers Herz schlägt im Jagdlebenstor um einiges höher. Von Jagdwaffen und Ausrüstung über innovative Präsentationssysteme bis zur hochwertigen Begleitung reicht das Sortiment für die Weidmannsleut. Wir haben uns vor allem da auf die heimischen Marken gestürzt, das heißt Jagdhund und X-Act. Das sind österreichische Marken, die einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben, sehr angenehm sind, hochwertige Materialien verwenden. In puncto Sicherheit hat man sich mit der Firma Greystone einen absoluten Experten auf diesem Gebiet ins Boot geholt. Ob Spezialausrüstung für Behörden, Selbstverteidigung oder Sicherheitstrainings für Firmen und Privatpersonen. Bei Greystone ist man für alle Eventualitäten gerüstet. Für Unternehmen werden unter anderem auch spezielle Dienstleistungen angeboten, wie persönlicher Reiseschutz, sowie Beratungen zu Themen wie Wirtschaftskriminalität, Einbruch, Industrie-Spionage und Cyberschutz oder sogar Blackout-Szenarien und Naturkatastrophen. Sportleben, Jagdleben, Sicherleben – StoreSafe People bringt diese drei Bereiche auf den Punkt. Oitsch Dedーん Sportwerken